und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen kanal ja freunde nacht ist wieder zeit für ein kleines fnappen game heute spielen wir zusammen night shift at freddy's 2 ich habe es euch ja schon angekündigt ich war dem selben entwickler wie night shift at freddy's remastered wo ich glaube ich fünf parts gespielt habe und leider dann ein bisschen gescheitert bin in der siebten nacht und keinen dritten stand bekommen habe und nun ist das zweite teil rausgekommen und hier ist er und wir starten gleich ein neues spiel help wanted fredbeer's family diner local diner looking for security card to break night expense monitor camera who do talk infizikt auch holl deutschland ich freue mich drauf gebt two dates okay Ich bin so happy, dass du dieses Spiel spielst. Es kann losgehen, es kann losgehen, es geht, 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 es geht... Wie wäre der zweite Teil, würde aussehen? Nice! Ah, sowas mag ich ja gar nicht. Was? Scanner? Nothing found. Ah, is this? All lights were looking left or right. Ich hasse es jetzt schon. Control? Hier geht gar nichts. Ah, doch jetzt. Da hatte ich schon die Demo gespielt. Leute. Nothing found. Noch ist keiner da. Wenn wir jemanden hier sehen, müssen wir auf jeden Fall scannen und dann müssen wir uns die Frequenz einstellen. Davon habe ich schon mal die Demo gespielt. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Ich hab hier kein Gimmick. Kein EW EW! No Gimmick. No EW EW! Kein JOOTJOOT! Ich hab hier was anklingen. Irgendwann ein Segret, Segret, Segret! Segret, Segret! I want a Segret! Da 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 da! Doch ist keiner unterwegs? Oh! Oh! Scan! Hi, Segret! Ich stell mal gleich mal auf Hi! Wo kommt er? Links oder rechts? Left side, right side Das ist auf jeden Fall Bonny Und Bonny ist ja links Er müsste rechts kommen Auf der rechten Seite Jesus Christ Und er ist Low sinkt schnell Freddy ist Low und Bonny ist High Low Ich hasse es dieses Signal zu ändern Game over Nice Shit Blood Game Kack die Wandern Kack die Wandern Aber wir können gleich mal Auf Low stellen Was? Klick und drag Und dann Ich bin auch am überlegen Es sind ja nur Freddy Und Bonny Freddy ist auf jeden Fall Low Und ich hoffe er bleibt noch Low Diese Nase Ja Ja Da war ja das Problem auch schon In der Demo Wo ich die Demo gespielt habe Dass ich da absolut mal wieder Kein Plan gehabt habe Kein Plan Wie gut Es kommt auf jeden Fall jemand Gleich mal hier auch checken Gleich mal hier auch checken Scannen Er ist High Und er ist Medium What? High und Medium Kommen sie schon Kommen sie schon Medium Es bleibt einfach bei High und Medium Hoffe ich doch Jetzt kommt einer rechts Jesus Where are you? Ich hoffe die Frequenz hat sich jetzt nicht geändert Es kommt noch keiner Mal scannen vor uns Hi Leck mich am Arsch Ich wollte grad hoch machen Du Arsch Nooo We are dead You tree Nooo Wie da spiele ich jetzt schon Hasse Fugl! Ich habe ja gerade hochgestellt die Frequenz auf High und da war es schon zu spät. Wie war wunderbar. Das Problem ist halt, man muss die Frequenz erwischen, sonst hat man keine Chance, sonst überlebt man nichts. Also es ist nicht einfach Leute. Warum kann die Frequenz nicht bleiben? Man scannt einen und die Frequenz bleibt. Nein, man muss da nochmal scannen und in der Zeit, wie man da nochmal scannt, ist man am Arsch. Scheiße! 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 Kein eh eh! Fuglspiel! Turn the radio on! Yo, yo, yo! Scheiße! Scheiße! Die Wand an! Ich reg mich schon auf, Leute! Ich reg mich böse auf! Ich überlebe nicht mal die erste Nacht, ja wunderbar! Kack die Wand an! Wie soll ich das denn überleben? Kack die Wand an! Wie soll ich das denn überleben? Medium-Signal? Nobody's coming! das problem ist wenn jetzt nur einer kommen würde das wäre noch okay aber wenn es dann zwei sind und man muss dann immer andauernd hier scannen und die frequenz ändern das ist natürlich nicht im sinne des betrachters oder im sinne des erfenders oder doch hier einfach mal einen alten mann wie mich verarschen aber noch kommt er nicht das tun wir luder seht ihr jetzt ist noch ein low signal ich lasse mir das licht an guck mal ob hier jemand kommt wenn jetzt halt der pony kommt dann bin ich am arsch ne dann geht meine ganze taktik nicht auf einmal kommt er links einmal kommt er recht sein arsch es hat geklappt leute es war nur der freddy und er hat zwei verschiedene signale gehabt einmal so und einmal so that's not fair er kommt auf jeden fall wieder hier denke ich von mir ist könnte auch weg bleiben leute habe ich keinen bock auf ihn wo ist er jetzt er steht nach der oben da ist immer gut wenn er da oben steht haben wir weniger zu tun wir könnten die nacht überleben das wäre tatsächlich spitzenmäßig spitzenmäßig medium medium haben wir noch stehen ich bin ich bin mal auf der linken seite wir müssen sofort gucken wer kommt hier das dumme luder ich würde rechts gucken rechts kommt er nicht links kommt er nicht rechts kommt er nicht er ist noch hier wo ist bonnie wo ist bonnie bonnie ist hier medium oder bring mir die kamera in position du arsch du hoch noch sind sie hier oben noch ist ruhig wenn ich diese nacht nicht überleben wenn ich die erste nacht überleben sollte es wäre nicht schlecht aber so ist schon ein interessantes spiel aber man muss halt hier mal diese scheiß kameras gucken und diese blöde frequenz ich hasse es ich hasse es ich hasse es aber scheint ruhig zu bleiben in dieser nacht in dieser ominösen verrückten nacht aber bring mir die kameras zurück du arsch hier macht mich verrückt ich mach mich verrückt bus bot ich werde sie nur rumlaufen aber man sieht sie nicht ja wunderbar oh 6 am tje tje wer ist aber die nacht überlebt god sei dank dem himmel sei dank second night dann wollen wir doch mal unser glück probieren in dieser zweiten nacht noch passt auch noch von der zeit her zumindest mal versuchen Ich hoffe es wird nicht ganz so stressig, wir kommen da ein bisschen klar damit. Noch ist er ruhig, ich kann nur ein bisschen hin und her wackeln, ich kann mir die Finger erwärmen. Wo stehen wir? Wir stehen auf Medium, das ist immer gut. Die Kamera haben wir wieder nie. Hör ich schon was? Hör ich nicht. Aber von der Spielidee her ist schon interessant. Vor allem müssen wir mal ein bisschen anderes FNAF-Game, nicht immer die gleichen Optionen, Tür auf, Tür zu, Licht an, Licht aus. Sollen wir mit Frequenzen arbeiten, aber ein bisschen was anderes. Aber vom Optischen her sieht es ja cool aus, gut aus. Gibt es also nichts zu meckern, finde ich. Wenn man da mal ein bisschen drin ist, dann denke ich mal, klappt es auch ein bisschen besser. Aber muss halt schnell sein. Wenn beide gleichzeitig kommen, links und rechts, zwei verschiedene Frequenzen haben, wo man vorher noch scannen muss, dann könnte es problematisch werden, Luigi. Jetzt stellt sich die Frage, wer kommt zuerst? Bonnie oder der andere Honk? Auf allem wo? Auf welcher Frequenz? Die Frequenz des Todes. Scanner? Medium Signal? Da sind wir. Da sind wir. Es war ja rechts, oder? Ja. Jesus Christ. Wir sind am Arsch. Kammer links. War es die linke Seite? No. Please, no. Please, no. Aaaaaah. Shit. Aaaaaah. Game over. Nein, ehrlich? Ja, Freunde. Ich werde jetzt aber mal zum Ende kommen. Für den ersten Part sollte es mal genügen, damit ihr mal einen Eindruck habt, was noch auf euch zukommt. Ich spiele es auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dranbleiben würdet und bei allem anderem, was ich so release auf meinem kleinen Roasting-Kanal. Wenn ihr wieder dabei seid, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, eure Meinung dazu. Interessiert mich auf jeden Fall. Wenn ihr noch ein Däumchen für mich habt, ein Like. Würde mich natürlich auch riesig darüber freuen. Habt ihr noch kein Abo? Und dürft ihr auch ein Abo abschließen? Ja. Kuscht nichts? Nein, ganz umsonst. Dann bleibt mir noch so sagen. Genießt das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Das war auf jeden Fall Night Shift at Freddy's 2. In diesem Sinne. Genießt das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Sagt tschöne Mühle und Fingerniger Rots. Euer Rostiger ... und 3. In diesem Sinne. Auf jeden Fall. Glückwunsch! Vielen Dank.